Musik Servus, herzlich willkommen zurück, ihr kleinen und großen Lara Croft-Fans da draußen, voller Tablet, PC, Handy. Wir spielen Rise of the Tomb Raider. Ich würde sagen Part 2, in dem Fall. Wir sind in der verlorenen Stadt stehen geblieben. Es ist nur so eine kleine Episode von Parts. Die letzten Eindrücke dieses Spiels, das Legrande Finale. Im letzten Part habt ihr mir echt viel Spaß, weil da sehr viele Gegner sind. Und wir kriegen Unterstützung von Sophia, die sagt zu den Waldläufern dazu. Gut. Und ich bin mal gespannt, wie lange wir hier da noch festsitzen. Brauchen wir nichts mehr? Sitzen wir einfach hier drüber. Kein Zurück mehr. Hinter diesem Punkt gibt es keine Basislage mehr. Danach sind schnelle Reisen und Spiele-Upgrades nicht mehr möglich. Ab jetzt ist es nicht mehr möglich. Okay. Schauen wir mal, was noch geht. Schauen wir mal. Ich möchte vielleicht noch was upgraden. Mal gucken. Können wir hier unsere Pumpi upgraden? Eigentlich verdammt ja. Wir können Rückstoßstabilität, Munitionskapazität erhöhen. Ja, und natürlich Nachladegeschwindigkeit. Das ist alles sehr nervös. Wir machen das hier. Okay, schauen wir mal. Können wir an der Pistole noch was ändern? An der Pistole können wir nichts mehr ändern. Das wird es schon wohl gewesen sein. So. Von den Fähigkeitspunkten her kann ich nichts mehr versetzen. Ich habe keinen. Hier hätte ich noch zwei übrig. Das war es wohl. Das war es wohl. Okay, dann gehen wir raus. Ich habe mich noch ein bisschen... Also wirklich Endfight. Und hier ran ihm auch. Naja. Ich würde schon wohl ein bisschen schneller machen können. Meine junge Dame hier. Gut, wo möchte ich jetzt wieder lang? Das ist immer so die Frage. Ich glaube wahrscheinlich hier rüber. Genau, hier wollte ich rüber. Letzten Part haben wir den Turm erklommen. Gegen ganz viele Döse gekämpft. Und jetzt. Das sieht aus wie eine Arena. Das war... Kannst du tippen. Yes. Sophia, könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen es. Macht dich bereit. Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Wir versuchen es weiter. Ich brauche keine Munition. Katapult nach. Moment. Nein. Der Helikopter ist zu schnell. Wir werden ihn niemals treffen. Warte. Ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Ich habe es mir jetzt gedacht, was wir machen. Oh nein. Hoch mit dir. Also wir müssen uns jetzt ein bisschen klitzeln, das Ganze. Das ist eine Kampfarena. Sehr schön. Munition haben wir anscheinend genug. Okay. So Funkspruch lösen. Wo ist das? Ach ja. Hier. Jetzt zu vier. Dann heben. Versuchen wir es nochmal. Ja. Versuchen wir es einfach nochmal. Yeah. Oh Mann. Oh. Ach ja, schütz. Jetzt will ich noch eine schöne Position kurz einläuten. So. Jetzt hier wäre eine gute Möglichkeit. Jetzt. Wo kommt es denn? Ja. Wir haben getroffen. Jetzt. Er ist weg. Jetzt habe ich noch nachgeladen. Komm, Gegner. Ah. Yes, da kommen sie. Ah, ich wusste es doch. Ja. Also ich kann auch einfach hier runtergehen eigentlich. Aber ich will sie einfach noch mitnehmen. Okay, ich gehe. Ich gehe schon. Ich gehe schon. Na, sie haben. Ach. Das ist ja cool hier. Ja, und? Können sie doch. Nimm sie mit. Schauen wir mal uns hier ein bisschen um. Ich kann schießen. Ich kann es auch. Und wie kann ich das? Cool, kann ich das? Bam. Ist das eine schöne Scheiße hier? Ist der tot? Was ist hier los eigentlich? Ich will hier mal mit meiner Pampi mal spielen. Ich muss nur bloß mich umgucken. Wo bin ich denn eigentlich überhaupt? Na, lauf mal, Mädchen. Lauf zu mir hin. Ach, das sind die Unsterblichen da. Ups. Die wollen auch noch mal mitspielen. Na, na, na. Barsch. Ups. Ins Kreuz. Und wo man ins Kreuz. Jee was. Da läuft einer. Beine weggesetzt. Das sind immer die schönsten Momente hier. Schieß. Er stört mich nicht mehr. Jetzt bin ich hier wieder oben. Ich bin auch nicht fertig. Oh, ich sah auch noch. Wieseln spielen. Ich haße das mit dem Helikopter. Das ist immer wieder das gleiche. Wenn der noch A fern wird, so schießt. Das war es sehr gut. Sophia. Freuden. Hier ist man ganz gut. Ja, wo kommt's denn? Hallo? Wer hat da nicht? Irgendwo. Ott. Ah, das ist mit dem hier hochschampeln. Ist nicht so einfach. Wo war das jetzt? Ja. Das ist mir klar. Ich kann jetzt nicht mehr rufen. Hä? Wo sind wir alles? Ja, toll. Jetzt bin ich tot. Das hab ich nicht gemerkt. Nein. Das hab ich nicht gemerkt. Wir laden das Katapult nach. Moment. Ah ja. Wir brauchen etwas. Ein bisschen. Hallo. Jetzt meinen wir es aber jetzt. Bereit, wenn du es bist, Lara. Ja, jetzt. Also. Mein Gott. Ups. Was? Was ist ausgeschüttet? Ach. Das ist so toll. Wir richten das Gegengewicht neu aus. Sind alles bereit? Bleib jetzt mal hier unten. Kann ich auch hier unten bleiben? Völlig so. Da will ich nicht sagen. Jetzt sind wir bereit. Thank you. Das ist so putzig. Ach. Ja. Au. Das könnte wehlen. Jetzt sind wir bereit. Thank you. Na gut, wenn er jetzt hier genau von vorne steht, ist das nicht fair leicht zu ruht. Jetzt. War doch gut, oder? Blöde Konstantin. Wo ist die Wohle der Menschheit? Wo ist das Teil? Das kann der Wohle der Menschheit sein. Danke. Bitte. Jetzt muss ich mal ein bisschen laufen. Fersen, gell, gehen wir? Ach. Ist das ein Stress. Wieder mal. Jetzt. Doch, kann ich. Merk. Das kann. Das ist nur nicht vorbei. Jetzt geh ich wieder runter, oder? Ich geh mal wieder runter. Oh, mei, oh mei. Ist das schön? Das ist zu putzig, wie die in der Wohle umfallen. Fällen. Ein Fell. Barsch. Das wollte ich nicht. Oh, bist du gleich. Ich werde auch beschossen. Er hat, äh, er war auch so cool jetzt. Ein Bussi von mir. Es ist schon ein Megastress. Das ist so. Fuh. Geh in den Sohn. Jetzt. Geh in den Weg. Nein. Huh. Sorry, jetzt für ein Schiff mitgekriegt. So. Verlässlicher Partner. Jetzt wird die Kampfarena ein bisschen größer. Genau. Du hast ein Problem mit deinem Ego. Sie lädt gerade noch wieder nach, gell? No. Noch. Noch ist gut. Alles jung. Oh. Hi. Och, das ist nicht gut hier. Nein, nein, nein. Wah. Tag. Das war nett. Na, runter. Bist du jetzt wieder bereit? Ah. Jetzt. Let's go home. Wo? Das wo ist? War nichts. Los. Wir sind der Bazi. Der Jet-Jet geht aus, oder? Dann. Jetzt. Ja, Sophia. Die Zeit haben wir nicht, junge Frau. Glaube ich wenigstens noch. Ja. Du, du, du. Also, mir gefällt's jetzt richtig. Alles habe ich so irgendwie ein bisschen erwartet. Helikopterstress. Ja. Ich sag gut. Irgendwann. Mein Freund. Warum habe ich jetzt hier keine Panzer raus? Oh nein. Oh nein. Sie haben mich nicht bemerkt. Anscheinend. Ja, und jetzt? Ach so, ich kann. Dann laden wir doch mal wieder nach. Bauen wir wieder unsere Dämmchen. So. Und alles passt. Okay. Ups. Nicht nachladen, natürlich. So. So. Schauen aus, dass ich hier hoch könnte. Ich möchte ungern jetzt mit Dingen alle kämpfen, aber wenn, dann nehme ich meine Pantel raus. Nein. Das war nicht so. Ja, okay. Dann spielen wir halt. Dann spielen wir halt. Frisbee. Mit der Drachen-Legende. Ich habe da so spezielle Munition. Ja. Oh Gott. Jetzt greifst eine Kost. Jo. Ups, der ist ja schon dort. So, nachladen. Mach mal. Noch jemand? Der mit bespielt? Du. Ich bin in der Angst. Ach so. Wir hätten wirklich die töten müssen. Ne, ist neu. Ne, ich werfe die Dose. Warte mal, ich zeige euch mal was. Schick. Das brauche ich nicht. Hahaha. Oh, sterbe ich gleich. Sammeln wir mal alles wieder ein. Hier ist nämlich noch ein bisschen Loot. Na. Nichts mal einsammeln. Okay. Hier ist noch was. Munition. Ach, geh Konstantin. Jetzt haut der Lümmel. Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffe. Keine Helfer. Keine Waffe. Ich sauber muss zu ihrem Körper. Ach, der Wecker hier. Das ist gemein. Wir haben eigentlich schon weg. Wir können ihn ja, um mit unseren Waffen schlafen. Kämpfen Sie mit mir. Ach, nehm doch die Dose, wusste ich denn. Jetzt nimm halt die Dose. Wo ist er denn? Der ist ja. Viel Spaß. Jetzt. Angreifen. So, jetzt kommen noch ein paar Quickies. Schießt auch nur blöder rum. Hihi, wie sie abhaut mich. Mein Schicksal liegt in der Kammer. Ich wollte sie die Dose eigentlich nicht nehmen, aber... Oh, das ist wieder Stress. Das war wie Baba Yaga. Jetzt nimm, nimm die Hüse. Macht daraus eine schöne Bombe und wirf sie ihm auf den Schädel. Ich weiß, wo er ist. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich glaube, da hinten ist er. Ah, lauf, 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 weeg. Ist das Wahnsinn. Das ist ja nicht. Aber zehn. Nein, elf. Der hat mir die Dose durchschlissen. Ich hasse das. Jetzt haben wir es rein. Verhalten. Das ist nicht mein Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals Ihr Schicksal. Ihre Schwester hat Ihnen das eingerichtet. Ich habe es getan. Das alles. Für Sie. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet. Nein. Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um Ihres. Sie irren sich. Seien Sie still. Seien Sie einfach still. Ich kann nicht töten. Er provoziert mich. Und ob ich ihn töten werde oder nicht, das seht ihr erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen, dass ihr dabei wart. Wir machen noch ein Part. Und... Bah!